ladies and gentlemen herzlich willkommen bei tief simulator und wir haben heute vor unsere so gut wie alle aufträge die mir so haben in der straße fertig zu machen ja dokumente in der 102 ok wir müssen mal gucken was 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 haben wir denn hier wir fangen wo fangen wir denn an mal gucken was hat man hier 113 ist nichts 112 haben wir auch nichts die 111 ist aufwärmlich die biker sind fertig damals auch nichts die 108 da haben wir doch was das gemälde stehlen oder zerstören in der 108 ok dann fangen wir doch erst einmal da die 108 die 108 wo waren die 108 die müsste glaube ich hier unten sein ddd ddd schön langsam bist du die 108 du bist die 108 stelle ich mich denn dahin kann ich hierhin stellen ohne dass jemand meckert die 108 ok wieso geht denn der jetzt moment 108 da ist doch noch keiner warte mal warte mal warte mal warte mal wir haben ein skill punkt das können wir nicht machen da noch mehr gegenstände vor ort begutachten fernglas zu markieren aus größerer entfernung benutzen der eine aber warum ist der eine jetzt gegangen das ist doch gar nicht seine zeit wohnzimmer wohnzimmer das ist da oben müsste doch das wohnzimmer sein kommt das von da drin ok jetzt müssten sie gleich gehen die sind hier unten im wohnzimmer 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 schlafzimmer 2 büro 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 garage und toilette ok garage und toilette das ist die garage gut jetzt warten wir noch die zehn minuten ab da müssten sie eigentlich gehen naja schau an erste geht die garage geht auf da ist er genau genau gut 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 hier haben wir ja glaube ich alles geklaut gehabt anscheinend doch nicht schon mal eine festplatte ich dachte wir haben hier alles geklaut gehabt gemälde clown oder stehen zerstören das haben wir denn doch schönes drin oh hohoho das glücksschwein sonst ist da nichts drin wir sind schon voll da hängt eine gitarre oh welches gemälde das da ok klappe zu ich habe nicht genug geklaut jetzt ok erstmal hier alles gut ich habe doch hier gerade steine gesehen ja ok ok ich tue was zwielig die ist voilà da müssen wir uns ein wenig weiter hier rein stellen ok 109 war da sind wir fertig in der 107 haben wir auch nichts mehr die 106 genau da soll man spüle und teller kaputt machen in der 106 spüle und teller kaputt machen das ist die 104 106 ok ich habe eine idee wir sammeln jetzt alles nochmal ein und waren erstmal erstmal nach hause verschärbeln alles und dann kommen wir nochmal zurück größeres fahrzeug wäre geil ich hoffe wir kriegen irgendwann mal ein größeres fahrzeug boah s levelaufstieg jawohl 25 prozent mehr platz schön ok black bay na schau mal ich habe doch gewusst hier habe ich den kopf gehabt elektronik teile haben wir da irgendwas nein küche ist immer noch nichts hier irgendwie was neues nö antiquitäten haben wir auch nicht ok gut habe ich eigentlich ein geschenk eingepackt ein geschenk eingepackt habe ich nicht ok gut den rest verkaufen wir dann bei ich weiß gar nicht wie er heißt überhaupt ladenbildsitzer ich nenne dich einfach mal fred freddy so da freddy warte mal was hast du da schade hätte er sein können ok warte mal wir könnten noch eigentlich das ist ja gute idee wir könnten eigentlich mal die ganzen äh dinge mal hier nochmal angucken so was haben wir hier 106 105 103 102 101 ok 101 es gibt ein tresor mit menge schmuck einer der bewohner hat eine waffe hochgeil ok 9 uhr abends bis von 9 uhr abends bis 5 uhr morgens ist niemand zu hause im schlafzimmer steht eine wertvolle vase ein bewohner besitzt eine waffe der schlüssel zur eingangstür befindet sich in der garage oh das ist geil von 12 von 11 bis 5 ist nur ein bewohner da ok es gibt ranken im zweiten stock zu steigen genau im schlafzimmer befindet sich ein tresor mit schmuck das haben wir glaube ich schon gemacht dann haben wir da balkontür sie lassen die offen ok tresor 106 12 bis 2 uhr mittags ist niemand zu hause teures gemälde es gibt ein tresor und hier es gibt oh ja schau mal da gibt es auch noch mal ok jetzt haben wir ein bisschen geld investiert haha jetzt gibt es wieder den großen kuh also hätte ich gesagt fangen wir mit der straße hier an es ist halt immer wichtig dass man halt nichts kaputt macht was ein alarm auslöst wenn es natürlich ein fenster kaputt machen muss schau mal der kommt gerade heim 106 spüle teller und so weiter das geht ja alles noch was haben wir hier da haben wir auch balkontür lassen sie offen ach da kann man drüber das ist das ok und da haben wir nichts mehr ok das heißt wir empfangen mit dem an das ist gut wir fangen mit denen aber wie will ist es jetzt um die uhr 15 15 22 um 23 uhr ist keiner mehr da bis 2 uhr bäude tressor jobs gut also dann schlaf mal bis 22 uhr gut das problem ist du kannst hier jetzt nicht aufmachen weil wenn ich jetzt hier aufmacht und er geht raus bemerkt er das garantiert so jetzt warten wir bis 0 uhr haben wir bis 0 uhr um 2 uhr kommt sie rein geht es ins schlafzimmer bis der anaheim kommt und das ist gut das heißt drei stunden geht geht sie pennen müssen halt nur schauen wo das schlafzimmer ist da gehen wir rein und stehwitzen wir haben jetzt auf jeden fall höhere gewichtsklasse jetzt haben wir 30 statt 15 statt 20 macht keine ahnung auf jeden fall 25 prozent mehr so gleich mal markiert das wird halt schwierig weil es ist wohl keine der eine ist nicht da so jetzt komm raus mit dir das nicht so auffällt verstecken wir uns hier schon weg ok gucken jemand da erst mal geschenke mitnehmen so ja ich 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 gut das hat man an die warte mal ich kann ja bloß so toilette fernzustellen das gemälde noch mitnehmen das problem ist bloß ich weiß nicht ob der vermieter mich hört wenn ich hier die toilette kaputt machen das ist mein problem oh da ist ein dresser macht man die taschenlampe noch mal an nichts drin das ist ja keiner zu hause ich vergaß was die schleicht darum das andere bild ist das andere bild wo habe ich dich hingeworfen was ist das ist das ist das andere bild hab doch zwei bilder raus jetzt machen wir mal dahin das ist das bild ich hab bloß ein bild so der geht so tschüssi und dankeschön gleich zum fernthaus verkaufen gleich weiter jawohl dankeschön mal erst mal gucken oh nein scheiße ich hatte ja noch ein armband das muss ich doch erst mal knicki knacki machen so einmal zweimal einmal dankeschön so jetzt können wir willkommen hi mein großer ich habe what aber wie viel geld noch mal 3 250 auch hier aber ich das geschenk dabei habe 3 250 5000 57 1800 ab nach hause nochmal haben wir können wir schon geschenke abgeben können wir geschenke abgeben geschenke abgeben geschenke abgeben nein können wir nicht ach verdammt ok dann tun wir die geschenke wieder hier rein wie viele dinge wir haben gott sei dank wiegt das zeug nichts außer die brechstange so nächster auftrag warte mal skillpunkt kann ich hier brauche ich zwei hier brauche ich eins auch mehr gegenstände begutachten ach das habe ich ja schon hoppala stimmt dann sollten wir doch uns mal ein neues werkzeug kaufen fernglas gekauft t für fernglas markiere bewohner und wichtige details eines hauses aus der ferne standard mittlere maustaste ok gut auf zum nächsten job jetzt machen wir die 106 da vorne wir machen jetzt eine straße nach der anderen muss ich das erst 106 genau zwei beuten zweimal jobs ok das ist ja teures gemälde aber wieso kann ich so kann ich mal taschenlampe fernglas ach quickslot danke auch geil alter ok sind wir mal gemein hi hi ok die sind alle unten im keller du bist entdeckt ja klar bin ich entdeckt danke so jetzt haben wir die routine 106 also das heißt um neu am 9 ist einer nicht mehr zuhause küche 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 und dann geht die ja küche ok aber küche wo ist die küche sehe ich das von hier aus da ist das gemälde ok und die lassen hier hinten die tür auf das ist ja dahinter ist das gemälde schade nein schade ok äh ja da mal kann ich die sind ja alle im schlafzimmer dann gehen sie in die toilette und die geht dann da geht sie schon in die küche die ist von achte bis zwölfe in der küche da schlafen sie und dann geht er ins wohnzimmer und dann in die toilette ok äh Das war's. Okay. 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 Soll der eigentlich hier nicht reingehen? Wunderbar. Wunderbar. Hier ist nichts gescheites drin. Jetzt knacken wir den Schloss. Alter. Das hat Kohle gegeben. Ey. Jetzt müssen wir warten. Blockiere erneut. Was ist das? Ach. Ich kann da zusperren. Dass die nicht auf die Idee kommt, wenn sie hier reinkommt und dann, oh, die Tür ist auf und so weißt. Genau. Genau. So, sie ist jetzt in der Küche. Das Problem ist, ich weiß bloß nicht, wo die Küche ist. Das ist das Badezimmer. Das ist das Schlafzimmer. Oh, ja. Oh, ja. Oh, Cushion. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So, da meine kamera spüle und teller kaputt machen das mache ich das mache ich erst wenn die frau draußen ist oder der mann noch danke für die 50 tag und zurzeit eben ein bisschen knapp bei kasse ich muss dir mal vorstellen dass dies oben in der küche und unten räumt einer die bude leer so das auto wäre voll wenn wir uns kurz mal schauen dass man ja jetzt machen wir lieber wieder zu okay jetzt müssen wir warten bis die gute dame herr raus ist dass man dann die spüle kaputt machen können teller kaputt machen können jemand teures mail gemälde gekauft ich habe ja schon ein gemälde eigentlich wieso habe ich das eigentlich hinten raus da ist das teure gemälde schon mal okay okay da kommt da kommt jetzt aber schnell ist die gute dame daheim kommt oder herr so alles raus hier jetzt klauen wie die haben das nicht man mit da man auch geld da haben ein handy immer mit nix 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 nö 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 oder aber okay soll man hier ist nichts drin oder ist nichts dran auch nichts da hat er geld versteckt das nehmen wir mit das sind geschenke so mal dahinter okay Oh, äh, hi! Scheiße, weg hier! Geh rein! Okay! Die war aber schnell zu Hause! Ah, Mist, ey! Total übersehen, die Zeit! Komm, ihr findet mich doch hier nicht! Da drüben ist die Polizei! Ja, wird das noch was? Ach, Gott sei Dank! Okay! Wie schnell die aber die Polizei animiert? Das ist ja fürchterlich! Mal warten, bis der eine Stern weg ist, dann gehen wir hoch! Ich hoffe, das Zeug liegt noch vor dem Eingang und klauen das alles! Also, wir borgen uns essen! Hey, die Neue, ey! Es ist immer noch Polizei da! Na, kommt! Na, also geht doch! Uh, nicht da, 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 da! Nicht die Abkürzung nehmen! Hihi! 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 Es liegt noch da, das Zeug! Es liegt noch da, das Zeug! Hahaha! Ich seh nix! Mann! So, mach auf, das Ding! So, einmal! Oh, der Mann, der kommt gerade heim! Danke! Machst du doch nichts dagegen, wenn ich dann... Der Fernseher ist weg! Warum ist der Fernseher weg? Wo ist der Fernseher? Ich hab doch den Fernseher doch hier rauskaut! Oder liegt der hier? Komm mal, kann ich hier? Ne! Die haben den Fernseher mitgenommen! Hat die... Hä? Ich hab doch den Fernseher doch hier rausgeworfen! Der ist weg! Na gut! Dann halt nicht... Oh, warte mal! Wir sollten mal den... Den Kofferraum... Den Kofferraum zu machen! Also gut, meine Ladies and Gentlemen! Ich bedanke mich fürs Zugucken! Ich hoffe, es hat euch genauso so viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat! Und... Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder! Und in diesem Sinne... Ja... Ja... Und in diesem Sinne... Ja... 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 Untertitelung des ZDF, 2020